Das ist das blaue? Ich kenne genau was das ist. Also hier ist schon mal nichts, dann könnte ich das zubauen. Da muss ich da hoch. Das ist die Sackkasse, ich glaub's nicht. Zack, zack, zack. Von da unten bin ich gekommen, ne? Jetzt hier lang, ja. Richtig, alles richtig gemacht. Ich glaub mich hier irgendwas überrascht. So kleine Ecken können Schimpfspinnen kommen. Darauf hab ich echt keinen Bock. Oh ja, Eisen. Das Eisen gehört mir. Na, war die Goldspitzhack jetzt nutzlos, oder was? Kann nicht sein. So. Ich wollte auch jetzt mal mit Mods spielen. Nur, ich weiß noch nicht welchen. Da bin ich noch unschlüssig. Und was hier Mod ich spiele. Möchte. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das auch... So. Ist ja jetzt mehr offline, was ich spiele. Ob man dafür einen Realm kaufen muss. Da bin ich mir nicht so sicher. Das könnt ihr mir eigentlich mal mitteilen. Wo geht's hier lang? Da oben steht er. Komm mal her. Komm mal runter. Ich bin hier. Zack. Oh, gleich bin ich da runter. Lebt wohl. Ich weiß, dass im Moment der Sky Mod angesagt ist. Ich weiß noch nicht, wie sie sich eigentlich unterscheiden hier. Da muss ich mich auch mal informieren. Wie sie sich eigentlich wirklich unterscheiden. Ich weiß nicht. Da erkenne ich mich zu wenig mit Austern. So was kompliziert häng ich jetzt an der Fackel. Ich weiß nur, dass man bei jedem Mod auf jeden Fall mehr Blöcke hat. Und wie ihr wisst, will ich ja ein rotes Ziegelsteinhaus bauen. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Da muss ich mich wirklich mal informieren. Irgendeinen Moment habe ich, ja, wie gesagt, noch nicht informiert. Zack. 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 Schande. Ich kaufe einen Kampfschwimmer. vorwollte ich was ist schon nicht mehr die höhle weiter kunden und kann planen wo ich schon war ich weiß auch nicht ob die fläden mäuse aggressiv sind aber so wie es aussieht nicht das kleid gehört na bis sich ganz schnell das kleid ist da oben ich weiß jetzt nicht ob ihr es die ganze zeit gesehen habt weiter nein oder doch hallo ich bin hier ja genau perfekt ich glaube mal was macht den körper denn hier und da kann ich glaube ich nix kommen predermaus zeig mir den weg ein bisschen sagen Okay. Zack. Und jo. Das ist ein Weg. Ja, du. Ja, ho. Zack, 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 zack. Hallo? Das ist eine riesige Höhle und ich habe mein Gold immer noch nicht gefunden. Na gut, jetzt gehe ich auch neue Wege. Aber irgendwo muss doch ein neues Gold sein. Neues Gold ist immer schön. Da muss ich mal eine ganze Fackel nennen. Im Moment ist Kohle nicht so interessant, weil damit wäre ich im Moment totgeschmissen. Ah, Eisen ist schon interessanter. Aber erst muss ich... Wo muss ein Zombie? Irgendwas hier? Ne. Den einen shoppe ich. Zack. Und hier ausleuchten. Noch ein Zombie? Ich würde es schon irgendwann zeigen. Ich gehe mal da hoch. Ja. Ja. Hm? Da lag Eisen in der Luft. Oh Gott. So. Und wie ist es ne? Wie das keine... Spielmusik läuft. So. Äh. Äh. Na gut. Nein, nicht wegschmeißen. Das brauche ich. Ich muss ja auch schon sagen, dass ich... schon... von Leuten angeschrieben wurde und ähm... die wollen mit mir zusammen zocken. Minecraft. Das Problem ist aber, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ich muss erst mal... selber... irgendwie gucken, dass ich... klarkomme... im... Minecraft... Universum. Oh. Also... nimmts mir nicht übel, wenn ich... mich nicht melde, oder... Na guck mal. Feigling. Hätte ich einen Bogen, würde ich hier so umnieten. Ich gebe auch das hin. Was macht die Creeper hier? Das ist aber nicht sein natürlicher Lebensraum. Wir sind schon mal Fackeln. Hier war ich also schon mal. Das ist schon mal gut zu wissen. die... seht ihr... nicht verlaufen. Zack. Und nochmal. Zack. Und nochmal. Zack. Knackeln können nicht schaden. Ich muss schon sagen, bei einer Rüstung sehe ich echt klasse aus. Was? Woll ich da rein volle? Scheint Lava unten zu sein. Ich muss mal aufmachen. Das ist ja schon auch springt. Die Doven Gold. Ich muss mal hier den Weg machen. Das ist ja schon auch springt. mit. Oh ja. Eine Goldspitzsacke. Kann ich nichts mit falsch machen. Was ist denn das? Ist doch nicht normal, dass es platzt. Oder? Das kann nicht sein. Wenn der Goldspitzsacke nicht hinhaut. Und Platz ist Gold. Alter. Das ist ja ein Eisenspitzsacke in die Hand. Ach du willst mich doch verarschen, oder? Eisen kann noch nie im Leben besser sein als Gold, ey. Das ist ja ein Eisenspitzsacke. Das ist ja ein Eisenspitz. Jetzt Lieutenant CDU und meinst tuv aus. Stefan deket das auf die Tante. dem versuchen sie die 10 Grad schlucken. Maintenant geht es runter. поэтому wir nicht richtig nach lawn seats PO. Auf zu den guten und einen hier hervor suggestions ist灶 Cen. Auf nur dafür! Das war schon so. Okay, hab ich jetzt noch eine kalte Sci ... Etisch.